Hallo, mein Name ist Dominik Deller und ich bin Finanz- und Personalverstand der Samson AG in Frankfurt am Main. Samson ist ein Maschinenbauunternehmen. Wir entwickeln, wir produzieren und wir verkaufen Ventile, Mess- und Regeltechnik, digitale Produkte und auch Softwarelösungen. Unsere Kunden sind weltweit verteilt und in vielen Branchen aktiv. Ein Fokus liegt im Bereich der Chemie- und Pharmaindustrie, im Bereich der Lebensmittelindustrie und im Bereich des Energiesektors. Der Energiesektor und die Energiewende sind für uns sehr wichtig. Wir entwickeln und bauen Produkte für die Erzeugung und für den Transport von Wasserstoff, einen ganz wesentlichen Energieträger für die Zukunft. Wir sind ein international agierendes Unternehmen, wir sind sehr erfolgreich in unserem Markt, wir sind ein Marktführer. Wir werden in der Presse auch als Hidden Champion bezeichnet. Samson ist weltweit mit 4.500 Mitarbeitern aktiv, in über 60 Tochtergesellschaften, die wir weltweit haben. Allein in Frankfurt am Main haben wir 2.000 Mitarbeiter. Etwa 1.000 Mitarbeiter sind dabei im Bereich der Produktion, produktionsnahen Bereichen und der Logistik tätig. Weitere 1.000 Mitarbeiter arbeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung, im Bereich des Vertriebs, der digitalen Transformation und im Bereich der kaufmännischen Bereiche. Zusätzlich haben wir 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung. Wir entwickeln uns weiter. Wir wachsen in Frankfurt, in Deutschland und in der Welt. Wir suchen für das Samson-Team Verstärkung und wir bieten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie als Teil der Samson-Welt. Durch unseren Erfolg bieten sich Ihnen auch zukünftig Entwicklungsmöglichkeiten im In- und Ausland innerhalb der Samson-Organisation. Wir sind ausgezeichnet als einer der attraktivsten Arbeitgeber in Frankfurt am Main und auch unsere Ausbildung konkret wurde ausgezeichnet. Bei Samson sind uns Vielfalt und gegenseitiger Respekt wichtig. Leistung und Spaß, das ist kein Widerspruch. Denn Leistung und Spaß gemeinsam erbringt meist ein besseres Ergebnis für alle. Bei Samson gestalten wir die Zukunft gemeinsam. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil der Samson-Familie. Bei Samson gestalten wir die Zukunft.